Der Dienstag begrüßt uns mit einem blauen Himmel bei Werten von drei Grad. Am Mittag bilden sich dann mehr Wolken und es wird mit leichten Regenschauern gerechnet. Die Nacht wird regnerisch bei einem Tiestwert von einem Grad. Der Mittwoch ähnelt dem Dienstag. Nach anfänglichem Sonnenschein zieht der Himmel gegen Mittag zu. Im weiteren Tagesverlauf kann es immer wieder zu Regenschauern kommen. Die Werte bewegen sich hierbei zwischen 0 und 4 Grad. Trocken wird es aber wieder am Donnerstag. Die Sonne begleitet uns den ganzen Tag bei einem Maximalwert von 4 Grad. Am Freitag verdecken immer wieder mal ein paar Wolken die Sonne und es wird ein Höchstwert von 2 Grad erreicht.